Das ist der richtige Natur-Kakaapurbe hier in Sri Lanka. Sie machen heiße Schokolade davon. Mit Milch. Einen Tasse heiße Milch. Einen Teelöffel davon zusammenmischen. Und Sie können trinken mit Zucker auch. Mit Zucker ist das so. Und diese Muskatnuss. Muskatnuss. Hier in Sri Lanka wachsen zu viel Muskatnuss. Die Leute auch benutzen zu viel. Hier Sie kaufen mit noch einer Schale. Mit harten Schalen. In Europa Sie kaufen ohne Schale. Und viel drauf. Mit Schale lange halbbar. Und diese Maxisblute wachsen mit Muskatnuss. Eine Muskatnuss, eine Frucht. Innen gibt es so ein Muskatnuss. Und diese Maxisblute. Maxisblute wachsen mit Muskatnuss. Innen gibt es so ein Muskatnuss. Und diese Kristallmedicine in Sri Lanka. Wir haben mit Medudsen-Super-Naturmedicine. Ayurveda-Medicine. Diese Öl heißt Siddhartha Öl. Diese Farbe ist rote Farbe Öl. Aufheiz Rot Öl. Siddhartha ist die richtige Name. Dies ist sehr gut gegen Muskelprobleme. Gelenkschmerzen, Bandscheiben. Gegen Arthrose, Rheuma. Gegen alle Gelenksmuskelprobleme. Das ist sehr gut zum Einreiben. Und diese gibt verschiedene Großhafte hier. Diese hier gibt 3.000, bitte. 300 Milliliter hier. Diese 12.000 Akte Rupen. Aber diese ist ein Teller für Lowell. Halbes Teller für München und ein Rheuma. Und die gibt es noch klein auf hier. Und diese wachsen nur in Sri Lanka. Diese heißt Kotala Himbutu. Diese Holz sehr gut gegen Zuckerkrankheiten. Gegen Diabetik. Hier, Leute, nicht benutzen zu viele Tabletten gegen Zuckerkrankheiten. Diese Holz gekockt und trinken. Wenn gekockte Wasser über rote Farbe, dann trinken. Sehr gut gegen Le... Das ist sehr gut für Pankjahs. Pankjahs. Und diese hier wachsen Curryblätten auf. Curryblätten. Diese Sticken benutzen als Anstatt Cornbläerblätten. Cornbläerblätten. Diese hier benutzen zum Kochen die Leute hier. Sehr, sehr aromatisch. Wenn man Curryfülle, diese Haupttinnerstoffe. Curryblätten. Diese Gewürz-Aufgift hier. Gewürz-Kombination auch. Und diese Antarescreme. Natur-Antarescreme. Das ist sehr interessant. Warum? Ohne Smirzen, ohne Nebenswürz. Und diese Haare getrackt. Antarescreme. Und die Frauen benutzen. Und es gibt noch kein Gewürz. Diese Kardamom auf. Variante. Pfeffer. Pfeffer auf hier. Und diese Vanilleschoten. In Sri Lanka wachsen. Und Vanilleschoten. Aufgibt Vanilles. Natur Vanilles Extract. Diese Extracts. Sie können benutzen als Anstatt Zucker. Anstatt Zucker. Anstatt Zucker. Sie können benutzen. Diese. Nur. Gute Aroma. Diese nicht nur Aroma. Soos auch. Sehr, sehr. Konzentriert. Fructose. Warum diese Soos? Wir machen. Wir machen jetzt nur. Bis zum nächsten Mal. Ich komme zum nächsten Mal. Ich bin zur Dongle. Ich bin ở jetzt einfach nur zur Container. Wir sind sehr gut. Ich bin sehr gut.